Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Borderlands 2, wo wir es jetzt nochmal probieren werden mit den bösen, bösen Drachen. Patrick ist auf seinen größeren Schar umgelockt und wird mich jetzt durchziehen, hat er gesagt. Schwörter, Schwörter, nein Quatsch. Mal sehen, ob es klappt, vielleicht klappt es nicht, müssen wir gucken. Ich habe jetzt nochmal dieselbe Socklung ähnlich reingepackt wie vorhin. Mal hoffen, dass das jetzt klappt. Ich behalte jetzt aber die Slackgranaten ausgerüstet. Mal schauen. Drachentöten. Okay, ich habe nur Blütschlag und die andere komische. Naja, wird es nur die Slack eingepackt, Blütschlag bringt uns ja nicht viel. Und let's go. Dann kommt mal her, ihr Drachen. Jetzt will ich Kleinholz sehen! Oh, verdammt! Da! Moment, ich habe ja das vergessen, ich wollte ja flüstern! Entschuldigung. Anna, du Blütsch! Oh, 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 oh! Okay, meine Geschütze sind down. Jinch,так Gal. psy Denken kurien, sagt Milch, die müssen flüstern! Ja, hab Sie noch cool Fl schneller! Geschütze kommt Ich nehm doch mal lieber die Bisteln Okay, wunderbar, das hat schon mal geklappt Er ist so 3 down Slack auf Blitztreffer Jawoll Keine Granaten mehr Ich kann den nicht slängen Ja, puste mich hier an Bitteschön So Das hat haufenweise Erfahrungen Gute gegeben Holy Okay, sieht cool aus Ganz viel Iridium So Dann nehmen wir erstmal alles Ich mach einfach mal rüber So Sammeln erstmal hier alles ein Das mach ich auch gerade So Gucken können wir ja dann später Ob da irgendwas sinnvolles bei ist So Irgendwas ausgerüstet Ich hoffe mal nicht Na ja, Iridium hat sich ja schon Technisch gut gelohnt Alter, ich bin fast leer gewesen Mit Iridium Ich hab ja jetzt Hier wieder Jetzt hab ich schon wieder Irgendwas anderes ausgerüstet Schlimm Das ist noch Ja Das ist ja Weihnachten Ey, ich hab's was für ein Commander So Ja, sammeln erstmal auf Sammeln erstmal auf Weil wir hatten das jetzt nur gemacht Und weil wir jetzt gelesen haben Dass die andere Quest quasi nur Triggerbar ist, wenn wir Die Drachen erledigt haben Und ja So Kann ich mal durchgucken Was haben wir denn hier Ich hab hier ne Pistol Für mich Wer sie Müll hat noch nicht mehr Irgendwas drauf Dann ist sie Müll für mein Anderen drüben Das hab ich auch Das hab ich schon Das ist ja ein Commander Und das ist ja ein Commander Das hab ich noch nie Granatenschaden Die Rifle ist Müll Ja, es ist wie Weihnachten Holy Shit Abklingenscheiden Schutzschaden Feuerrate Aha Wachposten-Skill Bereitmach-Skill Einschlag Warte Den muss ich mal ausrüsten Da steige ich ja sonst nicht durch Wachposten Bla 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 Skill Wachposten ist der hier Bereit ist der hier Das ist cool Einschlag ist ein einfacher Okay Maximale Gesundheit Und Vorbereitung Ne, der ist ja mal ganz Ganz geil sogar Wachposten benutze ich sogar Bereit Ja, kann ich reinnehmen Das heißt, der hat dann Instant Wenn ich da einen Punkt rein Dann pack Ordentlich hoch getriggert Dann kann ich mir die Punkte Da drin sparen Vorbereitung nutze ich Gesundheit kann mich dann auch reinnehmen Und erhöht den Waffenwechsel Geschwindigkeit Von Zielgeschwindigkeit Außerdem erhöht Deine Bewegungsgeschwindigkeit Beim Zielen Ja Das klingt alles ganz Ganz nett Ich brauch mir mehr Level Digga Ich brauch unbedingt mehr Level Ja, wieso Ich brauch unbedingt Äh Nee Nutzen kannst du ihn auch schon Nutzen kann ich ihn ja schon Aber ich brauch mehr Level Damit ich die einzelnen Punkte Da reinmachen kann Damit ich die Mastboni rauskriege Damit ich nicht den Einfachen Boni rauskriege Sondern den Mastboni Verstehst Ich hab hier noch ein paar Granaten Eingesammelt Ich hab hier ne Blockade Lebe ich oder sterbe ich Kapazität 7657 Bietet hohe Schadensresistenz Bei voller Aufladung Und mächtige Schadensresistenz Bei nicht voller Aufladung Ach mäßige Okay Warte mal Wurde ich mal kurz aus Guck dir mal meine Schildpunkte an Jetzt Alter Schwede Ich hab jetzt 9000 Ich hab fast 10.000 Schild Nice Lebe ich oder sterbe ich Ich hab keine Ahnung Ob das gut ist Also ich denk mal Das wär glaub ich eher ein Schild Für dich Er hat aber Weiß ja nicht Was du jetzt für ein Schild brauchst Aber ich hab auch so noch mehr Schilder Besten wär natürlich eins für mich Was äh Maximale Gesundheit verringert Oh ja Ich hätte sogar noch ein besseres Das ist ein blaues Das heißt Du könntest dann das andere Für den anderen Schar haben Okay Ja hier Mit maximaler Gesundheit Das will ich nicht mehr machen Das ist äh Sonst zu viel Ich wär ja auch mal Dann ist doch noch ne Komische Granate Ne Lopper Du soll ich nutzen Bouncy Ne die würde ich nicht nutzen Das ist bouncy Bouncy finde ich nicht so cool Ein altes Holz Äh Was hatten wir Ich hab hier noch ne Granate Bomblets Electric Lex Was macht die Ach das ist wieder so einer Na gut So war das Das wird euch rutschen Oh wie ich seh jetzt grad das Was ich für ne Flinte hab Guck mal Beim schießen Ist Ähm Ja Das ist doch keine Flinte mehr Ne aber ansonsten hab ich nichts Also ich hab wie gesagt Das Schild Blockade Das würde ich dir geben Das sieht eigentlich nicht schlecht aus Ich kann es ja mal zeigen Oh das ist mobiler Ja meine ich ja Ich biete hohe Resistenzen bei vollen Aufladungen Mäßige Resistenzen Aber kannst du mal einstecken mit Okay Jetzt hat mehr Gesundheit zieht das ab so gesehen Als ich drüben hab Das ist aber immer Schilddings Aber vielleicht kannst du dann auch meins nutzen Mein grünes Ja ich hab jetzt ein blaues hier bekommen Ist auch 35 Macht 9179 Schild Also Das rosa purple Kimplan Das nimmt Ich hab 10601 Schild Also das ist schon äh Hammer So aber den Können wir ja hier jetzt nochmal kurz abschließen Kannst du doch noch so lange hierbleiben Mit deinem Kleinen Oh Mit meinem Kleinen Ja mit deinem Kleinen Ach jetzt dürfen wir looten Hm Dürfen wir nicht Hässliche Mistviecher Jetzt bin ich schon fast voll Hm Ich mach einfach mal mit ein So Hier haben wir noch ein normales Schild Äh Das ist so Eine normale Pistole Max Gesundheit Nee Wenn dann eher Max Schild Ist das jetzt hier jedes Mal so ein Vieh oder was Äh echt mal Ja okay die droppen ja wenigstens gut Iridium Hab ja kein Problem mehr Das wär jetzt äh Max Gesund Ach ne Max Gesundheit Nee Kann man die nicht auch so schon anhitten Und sagen macht euch auf oder so Und sagen macht euch auf oder so Ich guck dir das Ich guck dir das Hier ist noch Explosionsresistenz Nee Feuersniper Da kann ich aber gleich drüber gucken Ich sitze hier eigentlich eine Feuersniper Da Sollte sie auch ausrüsten Nur macht ein bisschen mehr Schaden Hat Magazingröße von 6 Aber der Rest geht ein bisschen runter Nee ich bleib bei meiner Meine ist ein bisschen schneller im Feuern Aber hier war doch noch ne Würfeldings oder nicht? Na das fängt jetzt an Na schuldest du uns Iridium? Ich kann ja mal machen Kannst ja auch mal umdrehen Äh nee Nee Äh Pistil Ja sagenhaft Müll 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 Wo man ins Elektro hat drüben Na du kennst ja ungefähr deine Werte auswendig Boah Okay jetzt muss ich hier auch mal machen Das kann ich dir jetzt nicht alles Aufmachen lassen sonst So grün, grün, grün Und da haben wir sogar zwei lilan Und hier haben wir wieder Granaten Ist das gut? Das sieht ziemlich gut aus Explo Explo höre ich gut Ah das ist Explo Rifle Ja doch kann ich sein Mach deutlich mehr Schaden Hat ein etwas größeres Magazin Eine bessere Feuerrate Mal kurz ausprobieren Was? Wegen drüben hab ich keiner Was? Pack mir mal die Wifel ein Wegen drüben hab ich keiner Versieben Ne Hier ist auch nichts Wobei Ich Sniper würde ich sonst gerne nehmen Können sie nehmen Weil sie halt auch nichts drauf hat Und aber ein schön großes Magazin Und so Du weißt Auf sowas stehe ich Oh das hört sich ganz böse an Was du da machst Hä? Oh guck dir die Farbe an Ist dieselbe die ich auch hab Bloß mit etwas weniger Schaden Aber ganz wenig weniger Schaden Bitte was Gutes Bitte was Gutes Ist das besser als das Was ich habe? Macht 17 Critical Hit Overkill Ah hätte ich kein Explo mehr Packen wir mein Explo aber nochmal wieder rein Schmeiß mal hier ein bisschen Müll raus Die 20-Jährige muss ich behalten Für Bosse und Sohn Käse Ja ich mach gleich mit dem Iridium weiter Lass mich hier noch kurz durchgucken So ein bisschen Gibt es dann noch einen Raketenwerfer? Das wird ja alles nicht los Also wenn du mir dann gleich noch Waffen geben musst Sag dann Bescheid Weil dann muss ich noch vorher verkaufen Hm Ne Slack Maschinengewehr Boah nee Achso Wie viel Ritium hast du? Ich glaube wir würden alles ausziehen Was wir haben Okay Naja wir haben jetzt irgendwann mal 120 20 oder so Hm okay Näh Ist halt immer so ne Vergleiche Sache Oh Oh Na Gehen wir mal Ne Ne Da behalte ich meine Das ist mit die Ampere Warten wir die gleich sehr wollen packen Okay Wo wollte ich gerade gucken Raketenwerfer Nee Ich weiß meine ist schon Längst aus den Jahren gekommen Aber Also ich bin hier durch Wo geht es als nächstes hin? Nein Ähm Nee 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 Geht es hier weiter So und so Jetzt habe ich noch 90 11 und 19 Ah wieder ne Schrot Alter die hat 1000 Ja 1159 mal 14 Wieso Willst du die haben oder was? Ja die packe ich mal mit ein Hier drüben Ah die ist jetzt nicht so cool Oh ja Oh ja Ist aber doof Nur normalerweise wenn man Wenn man im OJPGs spielt Dann muss er nicht noch ein Zeug ausgeben Um Loot mitzunehmen Na man kann ja auch normal öffnen Aber dann hast du nur einen Würfel Wirklich erscheint Du hast doch wohl ne Chance Ist aber Hm Das ist die letzten beiden? Nee und dann noch 4er Ich habe nämlich nur noch 50 5, 6, 7, 8 Ja ich habe nur noch 50 Ich kriege die nicht Oh hier habe ich nur 20 Wie? Wow Bitte was Gutes Bitte was Gutes Was das denn für einen Raketenwerfer? Warte mal Eigentlich bräuchte ich ja einen neuen Aber Ich mag meinen Parod Hive Voller Bienen Aber der macht das Das vierfache mehr an Schaden Hier Ne 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 15 nach dem 11 Kissen Ja ich glaube die 11 kriege ich nicht auf Nicht mit Iridium Ich probiere es einfach mal Und ich habe kein Iridium mehr Genau Nee ich habe jetzt genau 0 Ja genau 0 Okay Ja eine 10 Eins ist ein Lus Was haben wir hier? Großer Gott Ja großer Gott Das ist jeder dieselbe Rifle Die ich auch schon die ganze Zeit habe Das ist wieder eine Explosiv-Rifle Explosiv-Rifle finde ich nicht so cool Bei vier war der Fad Wirklich erstaunlich Kommando Da habe ich ja jetzt irgendwas geiles Die Pistolen sind ja eigentlich ganz cool aus Aber haben halt nichts drauf Ist die Besucher hier eigentlich nichts für dich? Weil die hatte auch Schockschaden drauf Ja nämlich mit So dann schmeiße ich jetzt mal ein bisschen was Blaues weg Was ich hier jetzt Also eher gesagt Weißloot Ne Weißloot habe ich gar nicht bei Ah ich bin total Blau Ich wollte jetzt irgendwie noch ein bisschen austauschen Dann lass doch oben hoch zu den Verkaufsautomaten Ja Dafür kommen nicht noch so welche Gisten Ich habe keinen Iridium Ich habe sogar dann aufgehört Und es war mir dann ein bisschen zu schaden Ja vielleicht nochmal so ein bisschen Also so ein Raid-Boss macht man ja jetzt auch nicht alle Tage So Ich bin nur ein bescheidener Händler Guck ich mal dass ich jetzt hier Platz mache Und die Schickmann hier sucht einen Heiler Dann seid ihr hier richtig Das kann weg Das kann weg Das kann weg Ah jetzt verschiebt dich hier nicht immer Ja die Granaten sind nichts für mich Die waren ja auch nicht so genius Da haben wir jetzt noch einen Blitzschlag Na komm ich mach den Blitzschlag mal weg Die Transfer mal hier auch weg Also das Schild wolltest du aufheben Ja ja das Schild hebe ich auch Also das Lila eine Volt zu haben Hm das Ding da mal gucken Eins Ist das gut? Das sieht ziemlich gut aus Ich versuche hier nur gerade die Popel-Waffen wegzumachen Kampfplätze müsstest du haben Für mich Ja die habe ich jetzt schon mittlerweile frei Ich habe viel Müll mitgenommen So Das ist lustig Das ist eine Schrotflinde Das ist eine Weife Das ist ein Raketenwerfer Das ist eine Pistole Und das ist ein Ein Mg Äh ein SMG Und lass die Kugeln fliegen Das ist ein Sniperwort der technisch nicht dabei So Okay Da mach ich hier das Das Ich muss nur kurz die Waffen markieren Ja Sonst Also 5 5 Stück müssten es sein 1 2 3 4 5 Ja die sind sogar alle in einer Reihe So aber ich wollte kurz den Raketenwerfer kurz ausprobieren Okay ist ziemlich fix Oh Alter wie lange ich nachlade Ah damit muss man zielen können Ich bin halt Wie gesagt mein Hier ich habe jetzt hier einen lilanen Explosiv Ne Und mein Du kennst ja meinen Hive Meine Bienchen Unsere Bienchen haben uns immer so oft den Arsch gerettet Ich weiß nicht Aber der soll jetzt hier dreifache an Damage machen Weißt du Also mehr als das dreifache Der hier macht Also der Hive macht 8.782 So und der hier geht bei 33.000 ins Gesicht Mit nur einer Kugel Ich glaube es wäre der perfekte Sniper für dich So schießt die normal Der hat 18 Schuss Und wenn du siehst Ja genau solche Snipers suche ich Genau solche Snipers suche ich Wenn du solche Snipers findest Ja die darfst du mir die Hand drücken Die hier geht eigentlich auch ganz gut klar Die ich jetzt hier bekommen habe Da muss ich zwar selbst schießen Aber ne So schnell wie ich drücken kann So schnell habe ich raus 11 Schuss Pass Gut Dann machen wir jetzt hier aber erstmal nochmal den Cut Und ich sockele mich nochmal um Patrick lockt um Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Hoffentlich schon wieder Also schaltet wieder ein Und bis dann